Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Und wir kommen schon zu unserem nächsten Bereich und zwar zur besten Regionalbank 2013. Ja, hier freue ich mich besonders, dass wir da auch in der Region mal bleiben und beglückwünsche die Spardermank Berlin. Ich erzähle gleich mal ein bisschen noch was dazu. Also hier wurde das Kriterium Service Beratung und Support mit einer sehr hohen 5,7 von 6,0 Euros besonders gut von Ihren Kunden bewertet. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen auch hier nochmal ein Zitat bringen. Da sind so tolle Zitate gekommen, da sollten wir uns wenigstens eins nochmal aussuchen. Ein Kunde sagt, tolle Bank, gebührenfreies Girokonto, ich kann jederzeit und überall auf mein Konto zugreifen. Super App fürs iPhone, gute Beratung vor Ort in den Filialen. Das ist doch ein guter Kommentar. Alles richtig gemacht. Super, herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Wir sehen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Und dann gehen wir auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Und dann gehen wir auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Vielen Dank.